. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Jedenmal, wenn ich nach Berlin komme, das ist der erste Platz, die ich besuche für deinen Keks. Wie heißt er? Itay. Das ist meine Frau. Und was passiert, wenn sie es rausfindet? Das passiert nie. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Die Interessen wird... Ich darf ja eigentlich nicht darüber sprechen. Es gab einen Unfall in Jerusalem. Oren ist gestorben. I was wondering if you need a worker here. The cookies you made, they're very good. You like them? I would like to sell them in the cafe. Ow! Your husband, he died, right? You know my son? I'm sorry. I didn't know your son. She doesn't want you here. We don't want you here. They can go. Was hast du gemacht? Ich hab sie geküsst. Hier. Und was hast du damit gemacht? Liebe.